Hei, nochmal ein Techtelmechpel, haben wir schon ewig nie mehr gesehen. Wenn das Spiel startet, werden einige der Ärgerlinge unsichtbar. Wenn du vergisst, wo sie sich befinden, halte die A-Taste gedrückt, damit sie wieder angezeigt werden. Aber sei vorsichtig, dafür wird dir Zeit abgezogen. So, wo bin ich? Ich bin da. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Weil ich es kann. Wir mussten nicht einmal die Zeit anzeigen lassen. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass wir mal wieder andere Aufgaben reingebaut haben bei sowas. Ach, wer bist du denn jetzt hier? Salvas, lass doch mal die beiden toten Täubchen in Ruhe. Jetzt geht's los. Der Tanz ist cool. Bams! 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 Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Oh, was soll ich sagen, ey? Ich habe einen Schaufelverbesserung. Was geht denn mit dir? Ich werde dir zur Hand gehen. Mir gefällt deine Hartnäckigkeit, auch wenn du kein natürliches Talent dafür hast, so wie ich. Deine Schaufel ist jetzt sogar noch stärker. Ich hoffe, du hast gelernt, wie du sie gebrauchen musst. Sonst machst du am Ende noch etwas Wichtiges kaputt. Ach, ein Scherber hat mich sogar noch besucht. Du hast Besuch von einer neuen Scherber. Ihren Besuch hast du den Moss Drops in deinem Garten zu verdanken. Bei einem Pinata geht es ums Essen. Was zur Hölle? Wer wurde denn jetzt gefressen? Ich fürchte, du hast einen sauren Macaracoon angelockt. Was wurde denn jetzt gefressen? Was vom Eis in der Welt wurde gefressen? Welches Pinata wurde jetzt gefressen? Beide Sparrowmines sind noch da. Die beiden sind noch da. Die beiden sind noch da. Die Kars sind noch beide da. Bark Bark sind auch beide da. Die können nicht gefressen sein. Welches Pinata wurde gefressen? So, komm mal rein. Apfelsamen gegessen, okay. Du brauchst also Apfelsamen. Welcher von denen braucht denn bitte schön Dinkens? Guten Morgen. Wie geht's uns heute? Hellwach, fuß munter und in der richtigen Stimmung zum Geld ausgeben? Toll, Kirsche. Cool. Können wir jetzt Kirschen anbauen. Wir brauchen Apfelsamen. Hallo. Die Kars ist zu frei. Ich werde Kirre. Und ich habe keinen Plan. Was für... Scheiße, Leute. Passt mal auf. Warte mal. Erstmal ganz cool bleiben. So. Erstmal wieder alles aktivieren. So. Passt. Alles damit dran. Freue ich mich. Hier. Es ist dasselbe Wild. Was in meinem Kopf noch lehrt. Vertrauen. Es gibt doch, gib ich zu, dass es mir leider fehlt. Keine Chance. Du kommst wenig weit mit Worten. Ich weiß es. Du glaubst es nicht. Aber hey. Ich mach mir Sorgen. So geht's nicht weiter. Ich schau auf. Bin das Himmel blau. Erkenn den Sinn. Aber weiß nicht, was ich machen soll. Seitdem ich klein war. Niemals so allein. Ja, ab da war mir klar. Das ist alles nicht so einfach. Du hast nicht viele Chancen. Vielen geht's beschiksten. Und die blutigsten Fliegericht ist zu Hause. Kannst du alles helfen? Spice Quasals. Ja, habe ich. Es wird Zeit. Eins Quasal. Ich werde das klar sein. Ich werde mich hier erinnern. Ich habe immer noch keinen Plan. Ich will frei sein. Nur drei Stunden werden. Ehrlich. Ich verlang nicht viel. Keine Chance. Du kommst hier nicht weiter. Wo habe ich dann mal sesshafte Pinata. Wo ich dann gucken kann. Äh. Ja. Äh. 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 Ich habe zwei Raisins. Die beiden Raisins sind da. Jetzt habe ich drei Spark, äh Bark Barks. Meine beiden Chicos. Meine beiden Cinemonkeys sind noch da. Dom und Saiva sind auch noch da. Peluri und Sparrow Minds 2 ist auch noch da. Ich gehe nicht drauf, solange ich noch weiß, wer ich bin. Doch es scheint, dass ich so sehr gut am Ende gewinne. Vielleicht die Scheiße, die mich immer wieder unterdrückt. Und ich habe keine Ahnung. Oder warte mal. Was ist denn? Mein Sherbert ist auch noch da. Ich habe keine Ahnung. Und mein dritten Bark Bark muss jetzt auch loswerden. Nee, zwei, drei und vier müssten es ja jetzt sein. Ah, ist ein Fick. So. Wo ist der Arsch, der hier hingemacht hat? Wo ist das grässliche Produkt seiner selbst? Alter, erst sagt er mir an, es wird ein Piñata gefressen. Dann sagt er zum Beispiel, dö, dö, dö. Okay, anscheinend bringt das nicht. Aber jetzt ist irgendein Piñata krank. Was ist denn hier los? Du hast sie nicht. WieIO. Ich zeige dir weinig. Jetzt ist die Arsch, dass sie alle 500 oder 500 oder 500er. Tja, jetzt habe ich immer noch die komische Medizin hier. Zum einen brauchen wir jetzt einen Apfelsamen noch. Problem ist nur, wenn wir jetzt einen Apfelsamen und einen Sherwood, das ist total gescheuert, weil sonst pflanzt es sich ja ein. So, jetzt haben wir einen Tollkirschensamen. Ich will jetzt Kirschen hier pflanzen. So, Arschlecken. Wo haben wir noch keinen Baum? Guck mal, da sieht es noch so komisch aus, da könnte man einen Baum hin machen. Und man könnte auch da einen Baum hin machen. Also entweder hier hinten hin halt, hier. Dann hätten wir noch den Platz. Hier wäre eigentlich noch ganz schöner Platz. Oder halt noch hier hinten in der Ecke. Aber ich würde es glatt sagen... Hier könnte man mich dann schön größere Gebäude halt hinknallen, was jetzt den Platz verschwinden würden. Und daher würde ich sagen... So, komm, machen wir hier in die Ecke rein. Jetzt könnte man nämlich hier noch den Dünger reinknallen. Oh, jetzt weiß ich jetzt, welchen Dünger der braucht da. Jetzt mal, wenn er mich da so aufploppt, dann muss er nämlich Dünger nachschütten. Guten Abend. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Oh, ich weiß ja, jetzt sind was für ein Dünger der braucht. Und wie sieht denn der Samen aus? Ich guck mal, wie der Samen aussieht. Vielleicht daran irgendwie... Das ist lila. Ich vermute mal, dass du ein lila brauchst. Langsbaum, blau, krein, lila. Ne, das scheint irgendwie falsch zu sein. Wenn ich mal finde, ich hoffe, dass ich das Leben für immer überwinde. In allen schwarzen Löchern bin ich bisher reingefallen. Immer wieder reingefallen. Also abgemacht. Kein Kredit, keine Rückerstattung. Hast du gedacht? Ich braun? Genau hau ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Hey, warum gibt's denn immer noch diese Ninja-Fähigkeiten hier? Ist doch zum Kotzen. Das Problem ist, dass sie zu blöd sind sich selbst zu befreien. Ach, das ist zum Heulen. Raus da. Sofort. Das ist doch zum Kotzen. Komm, wir bauen mal Ninja-Fähigkeiten an, dass die ganzen Leute immer durch die ganzen Tore laufen können, obwohl da überhaupt nichts ist. Willst du noch einmal... Hey, das macht Sinn. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So, was ich jetzt nochmal gucken wollte, ist nochmal in der Stadt. Und zwar bei dieser Tante nochmal. Schon wieder ein gänzlich ereignisloser Tag auf Renata Island. Willkommen in meiner Welt. Nix mehr ist dazu gekommen. Okay. Moin. Bis bald. So, wir haben die Bäumchen hier. Da haben wir Bäumchen. Bringt gar nicht, dass es unendlich Wasser hat. Und sonst irgendwelche Fähigkeiten besitzt. Ich find das scheiße, dass du nicht so unendlich viel reinknallen kannst, ey. Dass du wirklich bei so einer minimalen Zahl beschränkt bist. Sehr schön. Das habe ich immer noch nicht bekommen. Das habe ich immer noch nicht bekommen. Ich habe mich einig. Ich werde jetzt noch nicht or nicht in die Märkte zu verwenden. Ich habe immer noch zurück. wenn es so macht bei den pflanzen musst du nach nachdüngeln und dann kriegst du auch irgendwann einen erfolg oder sowas eine tulpe gegessen mehr brauchst du nicht dann pflanzt mir doch mal eine tulpe würde ich sagen guten morgen wie geht es uns heute hellbach und in der richtigen stimmung zum geld ausgeben unsererypte zwei drei machen jetzt einfach mal und dann lassen wir noch Oh, hier haben wir noch einen. Das muss man machen. Hat zwei Modrops gegessen. Das hat meine Modrops gefreut und gefuttert. Zitterarsch. Ja, meine Modrops gefressen. Das wird nicht Nummer eins und nur Nummer zwei. Das ist doch nicht so schlimm. Da kriegen wir auf jeden Fall nach. So, hier, pop, 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 pop. Schöne Ding. So. Ach du Scheiße. Ähm. Ach du Scheiße. Pilorio, du bist im Weg. Genau, den sollten wir machen. Genau, den sollten wir machen. Der braucht nicht.